Unbekannte haben auf dem neuen Westerländer Friedhof üble Schmierereien hinterlassen. Immer wieder kommt es auf den Friedhöfen zu kleineren und größeren Vandalismusfällen. Die geschmacklosen Graffitis müssen nun mühevoll entfernt werden. Die Kirchengemeinde hat Anzeige erstattet und bittet die Friedhofsbesucher um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Täter zu ermitteln dürfte sich schwierig gestalten.